Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Infovideo und wie ihr euch seht ja schon am Titel, es geht um ein neues Projekt, nämlich Minecraft Clash. Ja, jetzt erstmal die ganzen Informationen dazu, aber zuerst kommt erstmal das Spiel, was ich gerade spiele. Jetzt nämlich die Tontrue hat sich verabschiedet, ich wollte das eigentlich dabei kommentieren, deswegen gibt es jetzt Zeitraffer. Und das Spiel ist Minecraft Surf, Serverdaten von dem Server und dem Spiel auch in der Beschreibung drin. Und jetzt geht es dann auch schon los. Die erste Sache ist Minecraft Clash, ein Projekt in Minecraft Vanilla 1.8, das heißt das ganz normale Minecraft in der Version 1.8.1, in der neuesten Version, die es gerade rausgekommen ist. Ich spiele das Spiel mit einem Freund Endromatrix oder auch Leon und ja, Projektstart ist morgen, das heißt morgen wird die erste Folge hochgeladen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es wird ein ziemlich großes Projekt werden, das heißt es ist nicht so mini klein, so wie Hydra gewesen, wird auch nicht abgebrochen oder so, außer es sind technische Mängel. Es ist so ähnlich wie Electrocraft sein, das heißt es wird sich sehr lange hinziehen und ja, mal gucken wie lange wir es machen, wie wir noch Bock haben oder was wir schon alles gemacht haben. Jo, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen, ich würde dich auch gar nicht so stören und dann ja, sehen wir uns hoffentlich mal wieder in der ersten Folge von Minecraft Clash. Jo, bis dahin, ciao.